Erledigen und zwar jemanden gratulieren. Ja, heute hat eine ganz wichtige Person Geburtstag. So, ähm, kurz hier rüber streichen. Muss ich mal kurz so machen. Und ich hier so hinmachen, damit ich das auch besser überblicken kann hier. Und dann können wir hier weitergehen. Und weiterspielen. Ah, ich liebe diesen Song, ich liebe diesen Song. So, die sind schön gefallen, das ist schade. Ich möchte Akte kaufen, welche Gewürze kaufen darf. Nehmen wir mal mit. Sonst keine. Ja. Ja. Schauen wir mal, welche Flieger wir heute abstauben können. Ich will mal mit. Ja, was kann ich hier? 3 8 Millionen 8 Millionen Hier laufen wir an der Hand 3 3 4 6 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 11 9 10 10 11 11 11 12 12 13 12 12 12 12 13 15 15 12 13 14 15 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 16 16 16 17 19 20 Das ist ein Bisschen, ein Bisschen. Sehr schön Feierabend machen Musik 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 Ich muss das auch noch reinmachen Ja, ist ok Ich muss die Hut auslassen Die Musik 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 Ah, am I now? Belly Belly Oh, Belly Belly Oh, mother Belly Belly I want to know 60% Ja Manche Rote ist voll Barschau ist voll Wir holen mal für den Rest vielleicht Aktien Stellen wir uns den Aktienmarkt mal genau an hier Oh, du gehst aber runter, du Ja, ich möchte Aktien kaufen 19% Ja Nein Naja, hör auf zu meckern Siehste, geht doch Ja Das sagt unser Rote Delhi 61% Hm Ich hab keine Kohle Ich hab keine Kohle Ich hab keine Kohle Ja 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 Ja, ja, ich weiß es doch Ja, ich brauch noch ein paar Flugbegleiter Wenn da was gutes dabei ist Oh, das ist gut zu wissen Ja Ich hab keine Kohle Ja 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 Ja, ein paar Flugbegleiter brauchen Ja, ich hab keine Kohle Ja, ich hab keine Kohle Ja, ich hab keine Kohle Phoenix Travel werde ich so in den Boden stampfen. Ich weiß nicht was ich bin, Flugzeuge. Feierabend, ja. Präparatur. Da habe ich mich ja auch in Ordnung gemacht. Hallo Zuschauer. Schön dich bei mir zu sehen. So, was kann ich für dich tun? Äh, reparieren wir meine Flugzeuge voll. Äh, alle auf 100? Okay, das ist teuer. Äh, machen wir mal hier 70. Machen wir mal 80. Und 90. Wie sieht es damit aus? Ja. Machen wir hier auch mal 90. Und hier machen wir... So. 4, 8. Machen wir auch mal 90. Und dich machen wir dafür auch auf 90. So, 4, 6, 8. Uh. Machen wir lieber 70. 75. Nein. 80. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Nein, kann ich mir nicht leisten. Hm, 75? Ja. Ne, das war's. Danke. Danach sind wir eh wieder pleite. Na, wo bist du? Und... Trap, 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 Trap. Und weg ist es. Ganz nochmal weg. Zugbegleiter. Hallo Mademoiselle, Frau Selig. Ich möchte mal ein paar Zugbegleiter sehen. So ich mich... Nehmen wir mal talentiert mit. Und dann mal für... Und dann nehmen wir den hier. Hallo Chef, zeigen Sie mir mal die Ordner mit den Beratern nach. So, ich mach mal raus. No. Dann überspringen wir den Tag hier auch noch. Haben die herzlichen Kosten hier. Pum, bam. Geht runter. Ja, da waren die Reparaturen. Hab ich auch bei der Bank getan. Und dann... Ein recht simpel aufgebautes Spiel eigentlich. Okay. Ich möchte Aktien kaufen. 6%, alles klar. Wie noch? Ah, noch einmal hier. Und noch 14%. Ja, dann... Ich möchte einen Kiddich aufnehmen. So. Und davon holen wir uns Aktien. 5%, alles klar. Dann haben wir... Davon, davon... Mit Felken, nein. Können wir uns noch nicht leisten. Aber was wir machen können, wenn ich mal Feierabend... Ja. Oh, dazu sieben Teile. Mit einem Teelbrecher. Ja, ja. Uff. Oh, ich möchte Aktien kaufen. Ich kann mir nur 2% leisten. Hm. Hm. Du musst noch steigern. Und reparieren noch für den Rest. Komm. Mal langsam die Fliege auf 100%. Ich glaube, ich hätte das von Anfang an machen müssen mit den Routen. Ich meine, klar mit den, ähm... Ähm... Aufträgen. Da kann man bestimmt auch einiges verdienen. Aber das ist zu stressig. Zwei, vier, sechs. Und sechs. Alles klar. Dann sind sie nämlich auf 100%. Nein? Das war's. Mhm. Mhm. Ja. Gucken wir mal uns heute mal hier um. Ah, ich möchte Flugbegleiter bekommen. Sehr talentiert. Nehm mal mit. Talentiert. Warte mal einen Piloten zur Verfügung. Warte mal einen Piloten zur Verfügung. Sehr talentiert. Gut. Und Berater? Was hast du an Berater für mich da? Okay. Nicht wirklich. Ja. Du würdest abraten. Ich auch. Dann müsste sie jetzt noch mal runter gehen. Schauen wir mal. Was können wir uns eigentlich leisten? Du hast den Kopf überschwebendes. Fünf Millionen, acht Millionen. Tragflächen. Okay. Die Passagierkapsel. So. Das ist drei Teile mehr. Ich glaube ich verkack das. Was? Nur die Passagierkapsel. Ne. Ich fahre mal lieber für Flugzeuge. Ne. Ich fahre mal lieber für Flugzeuge. Ja. Ne. Ich möchte auch den Kaufen. naja 17% auch schön sein image ist groß ich hätte von anfang an definitiv Routen machen können sollen so machen wir feuer abend und holen uns morgen das nächste flugzeug hoffentlich gut komm Museum, was hast du für mich da? so nein, könnte man nehmen ne, nutze ich für mich nicht da kann ich lieber den Kredit zurückgeben so, fertig was wie viel gibbel sind denn davon überhaupt? gut ich wurde sabotiert, wunderbar ja 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 sonst noch was ja sonst noch was? sonst noch was? ja 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 so und dafür holen wir uns vier Flugzeuge ja ich möchte ein Flugzeug kaufen ja 375 Passagiere und was war das hier? 290 9500 nehmen wir mal davon nehmen wir mal 3 stück und möchte ein Flugzeug kaufen dann ich hab da da krieg ja noch einer davon ja sön 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 ich klose berlin deli berlin berlin deli berlin deli berlin deli und dafür machen wir so berlin deli deli berlin berlin Und die nächste Schrecke nehmen wir glaube ich New York oder sowas. Hat zwei Piloten fehlen mir nur. Nein. So die Glosser. ok jetzt wie immer wer die so kommt schon ok show war ja machen ja so Hm? So. Ich mache mal 4. Hier machen wir 5. Hier machen wir 5. 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 6. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 12. 15. 15. 15. 15. 16. Ja, und machen wir für heute Feierabend. Briefing, abbrechen. Durchschnitt. Müssen wir es dann durch. Haben wir jetzt das nächste Flieger frei? Immer noch nicht. Echt valenziert. Aber jetzt immer noch nicht. Warum nicht? Flugbegleiter fehlen. Flugbegleiter fehlen. Flugbegleiter fehlen. Flugbegleiter fehlen. Flugbegleiter. 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 Freiburg, Berlin, New York, Berlin, 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 Berlin Ja, dann soll sie nicht zu viel Sabotage betreiben. Ach komm, Matas sind anzubieten. Vom Piloten sehr talentiert. Hochbegabt. Sehr talentiert, sehr schön. Oh, hochbegabt, sehr gut. Niemand durchschmeckt. Zufall schmeckt. Zufall schmeckt. Zufall schmeckt. Zufall schmeckt. fishplatzt. Zufall schmeckt. Zufall schmeckt. Der Endpunkt, Jörg. Äh, gefällt mir nicht. So gefällt mir besser. Hildestheim, Berlin, New York. New York, Berlin. Berlin. Und das geht so runter. New York, Berlin. Und Berlin, New York. So. So. Okay. So. 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 It's right. So. und wir haben die Super-Tage erreicht. Berlin, New York, Berlin, 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 Berlin Und holen wir uns das Gate. So, da können wir Feierabend machen. Ja, zwölf. Ok, die sind alle bei sieben Bauteilen. Sehr schön. Es gibt nur noch 18 Zebrascharen drin. Sehr schön, das Gate ist meins. Zup, 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 zup. Hochbegab. Nur rechts ist auch gut. Hochbegab. 50 und 85 Millionen brauchen wir dann noch. So, Steuerrakete. Hm, was ist unser? Ich bin nur noch nett bei den Bauteilen. Oh, wir wollen nur die Aktien verkaufen und da hat das in den Taschen. Hoffentlich macht ihr das nicht. Ich bin nur noch nett bei den Bauteilen. 10 Millionen. Bankgebühr, wart 46 Millionen Bankgebühr, willst du mich verarschen? Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben's. Ich bin nur noch nett bei den Bauteilen. Das ist mein Bauteilen. Ja, ich würde sagen, wir sind nicht mehr als objektiv. Das ist mein Bauteilen. Ich würde sagen, wir sind nicht mehr als objektiv. Aber da haben wir viele Menschen in der Bauteilen. Ich würde sagen, wir sind nicht mehr als objektiv, Ja, wir haben es. Für den Rest kaufen wir unsere Aktien zurück. Und wir haben die Mission geschafft. War doch ganz gut, dass ich die Aktien nicht imitiert habe. So, ich möchte Aktien kaufen. So, schauen wir mal. Mein Anteil ist 40%, ich möchte nur 22%. Ja. Na ja. Jawoll, wir haben es und sind noch im Plus. Ja, Briefing fortsetzt. Tja. Geschafft würde ich sagen. Das war der erste Teil von R-Line Tycoon. Ich glaube danach kommt R-Line Tycoon Evolution. Aber wir haben es geschafft. Boah, hat sich das gezogen du. So richtig hat sich das gezogen bis zum Schluss. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich mache eine kurze Pause. Und ich würde sagen, ich lasse einfach mal die Musik laufen. Und nach einer kurzen Pause geht es weiter. Lalalala. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das am Ende... Bam. Ja. Boom. Und gewinne. Hätte ich echt nicht gedacht. Kevin. Ach so. 바� Ja, bis gleich, ne?